Und ich denke, wir wissen, dass das heute ein bisschen sentimental wird, das hat man mit Scotty gerade schon gesehen, aber es geht ja nahtlos weiter. Auch der Nächste, den wir jetzt hier heute auf der Bühne begrüßen, ist mittlerweile 40 Jahre alt, hat sieben Jahre bei uns hier in Krefeld gespielt. Bitte erheben Sie sich für unsere Rüstung der Welt, die Bühne an! Dushan, das ist dein Applaus, für dich auch nicht einfach nach sieben Jahren, jetzt habe ich es hier, das hat mir jetzt. Dushan, das ist dein Applaus, für dich auch nicht einfach nach sieben Jahren, jetzt habe ich es hier, das ist dein Applaus. Dushan, 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 Dushan. Ja, ich möchte sehr viel bedanken zu Ihnen, alle uns unterstützen, ganze Zeit, eben dieses Jahr, aber ganze sieben Jahre, wo war ich hier. Und das war schöne sieben Jahre hier für mich und für meine Familie. Vielen Dank. Dushan, 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 Dushan. Und Dushan, wir haben auch für dich natürlich etwas vorbereitet, Aussichtsratsvorsitzender Wolfgang Schulz wird dir auch etwas übergeben, was mir ewig in Erinnerung bleiben wird. Und die Worte gehören jetzt einzig und allein dir von Herrn Schulz. Dushan, 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 auch Dank an dich für sieben tolle Jahre, die du dem Krefel der Eise geschenkt hast. Deine Leistungen, auch dem Eis, aber auch neben dem Eis, sind vorbildlich gewesen und für uns unvergessen. Dein Pass, dein tödischer Pass hat die gesamte Liga gefürchtet. Wir wählen ihn vermissen und dich. Wenn immer du nach Krefel kommst, dann gilt auch für dich, du bist herzlichst willkommen. Dushan, Dushan, und vom Fanprojekt auch eine Erinnerung. 312 Spiele, 30 Tore, 130 Assists. Eure Nummer 11, Dushan. Dushan. So.